Hallo zusammen, ich stelle euch heute die Centurion Electric Fire vor. Das Elektro-Bike mit einem neuen Preis von rund 400 Euro. Das wurde umgerüstet mit einer Fox-Gabel. Wir haben einen Bosch Akku, wie auch einen Bosch Motor. 36 Volt, 8 Ampere, 288. W-H. Und wir haben eine Shimano-Schaltung. Und eine Shimano-Bremse. Eine Shimano-Bremse. Wir haben natürlich auch ein Bosch Display. Das Ganze schaltet wir unten beim Akku. Wenn der Akku dann auch richtig drauf hockt, ist es natürlich immer sehr wichtig, dass der Akku richtig sitzt. Und dann kann man das Ganze unten einschalten. Wir haben hier das Display. Und hier sehen wir eigentlich mit Stufe 1. Wenn der Akku voll geladen ist, kann man 52 Kilometer machen. Mit Stufe 2, 42. Mit Stufe 3, 29. Jetzt testen wir das Ganze mal, dass ihr auch seht, wie das ausgedämmte Fahrt. Ein sehr schönes Bike mit einem sehr schönen Rahmen. Und zwar haben wir hier eigentlich sehr gutes Gelände. Hier geht es ziemlich steil überall. Jetzt testen wir das Ganze. Wow, super. Also wir sind hier auf 20 kmh. Stufe 3 mit etwas Trampen. Wir hören den Motor. Wir hören den Motor. Das ist ein 2011er Modell. Den hat man am Anfang eigentlich recht gehört. Und jetzt, wo er weniger arbeiten muss, hört man ihn praktisch nicht mehr. Wir sind auf 25 kmh. Auf 3. Also wirklich wow. Sehr gutes Bike. Wir haben hier nur rechts die Schaltung. Also bei einem haben wir nicht so viele Schaltungen mit 24 oder 27. Bei den anderen Bikes. Aber jetzt sehen wir hier, wenn es recht steil darauf geht, dass das eigentlich dem Bike gar nichts macht. Sobald er mehr arbeiten muss, den Motor hören wir dann. Ein bisschen lauter. Das ist einfach bei den älteren Bikes eher so. Bei den neuen Bikes hat man eigentlich nichts mehr. Jetzt geht das Ganze hier ab. Genau. Ich denke, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Eindruck verschaffen. Elektro-Bike fahren macht sehr viel Spass. Und ich wünsche euch viel Spass beim Selben Fahren. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.